BAM! Ist nix? Das ist ja blöd. Mann, die haben immer nichts. Was sind das für Hartz IV Empfänger? Was geht? BAM! Der hat ja auch nichts. Was bist du denn von mir? Weil ich mich jetzt aufgeregt habe, weil die nix haben und du auch nix hast, oder wat? Sonst müsste es hier auch gar keine mehr geben, soviel ich hier ausgerottet habe gerade. Geh sterben. Geht doch. Sterb! Sterb! Los! So. So, da hinten ist ja auch noch einer. BAM! Eine fliegende Plasma-Kugel bin ich gerade. Na gut, gleich nicht mehr. Ich besiege auch ohne Schild, ganz ehrlich. BAM! Sag mal, habt ihr kein Kryonit dabei oder Baupläne? Alter! Was geht? Ihr könnt ja gar nichts. Außerdem werden wir ein paar Level geben, aber mehr nicht. Was auch nicht verkehrt. Ach. Na? Ja, nee, nicht wegfliegen. Aus dem Maul. Hab gerade überhaupt nichts gesehen. BAM! Na komm. BAM! Juhu, ein Bauplan. Keine Ruhe gebrauchen gerade. BAM! 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 Aus Noll! Genau. Ah, noch ein Bauplan. Das ist ja super. Macht Spaß, echt. Können wir das tach machen, ganz ehrlich. Wir müssen so rumratzen. Dass Leute killen, die mir weder... Sag mal! Die mir weder Kryonit noch sonst was dalassen. Können wir das tach machen, ganz ehrlich. So. Na komm. BAM! Vor allen Dingen, das juckt nicht mich mal. So, zumindest nicht wirklich. Na gut, reparieren tun wir trotzdem noch. Geht's dir noch gut? BAM! Du kannst nicht... Du kannst nicht... Nichts! BAM! So. Bauplan. Ich hab keinen Plan vom Bau. Aha! Oh Mann. BAM! BAM! Alter, ich mach das so gerne. Bisschen rumbratzen und Leute töten und... Ja. Ja, was heißt Leute? Schiffe, ne? So ein bisschen... Ich bin der Eisberg und das ist die Titanic. Und wenn beides aufeinander prallt, dann passiert das hier. Na? Na? Genau, dann passiert das hier. Sie gehen unter. Ja. BAM! BAM! Oh, die haben noch Weakryonik, noch sonst was. Das ist so ekelhaft einfach. Boah, ey. Könnte man sie ja aufregen. Und bei dir auch. Du kannst gleich wieder hochfliegen oder sterben. So. Ah, na, halt das Bauplan! Oh, Bauplan. Ich will den Bauplan haben! So, und jetzt kann ich den... Jetzt kann ich den Snevada schicken einfach. BAM! Juhu, Kryonik. Boah, 1300 schon, alter. Aber, das kommt mir ja zugute. Sag mal! BAM! Oh, mal Kryonik. Juhu! So. Ich finde das so geil. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann das ganz herrlich machen, ganz ehrlich. Das ist nicht echt. Das ist zu geil. BAM! 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 Sag mal. Geht's noch? Von hinten gibt's ja ein Kindergeld. Hätte ich schon mal gesagt. Das globe ja nicht hier. Noch nie mal... Weder Kryonik noch sonst was hier bei. Meine Fresse. Arme Schweine, du. Ist hier noch irgendeiner? Da hinten. Da vorne ist auch noch einer. Komm her! Ich will dich lieb haben! Ich will dich lieb haben! Komm, ich will kuscheln! So wird gekuschelt. So. Mit dir will ich auch kuscheln! Komm her! Will dich lieb haben! So. Den da hinten habe ich auch mal kurz lieb. Bin ja ein lieber Mensch, weißt du da. Den muss ich einfach lieb haben. Der sieht so nett aus. Komm her! So. Mach schon gekuschelt. Komm kuscheln, Alter! Ich will kuscheln! So. Ach siehst du, hat mir sogar Kryonik da gelassen. Das ist ja super. So! So! In der Nähe da und da hinten. Dann ist auch noch einer. Feilen kann mir auch mal wieder. So! So, na das läuft doch super. Sag mal, stirb! Du musst den ganzen Tag machen, ganz ehrlich. Und gleich habe ich Level 13 bald. Bämms! Bäm! Ähm, hey bro, was, äh, warum, was, wie, wo, äh, was. Ähm, da hinten ist nur einer. Juhu! Aus dem Maul hier. Bäm! Kommt mal her, hier. Papa, was gesund ist für euch. Schön frisches Gemüse. Wollt nicht schön... Wollt nicht schön eisenhaltig! Aufs Maul hier! Bäm! Bäm! Ah, ein Trionit! Schön! Halt! Ich will... Du sollst das Trionit doch einsammeln, Alter! Ähm... War irgendwas? Irgendwas hat hier geknallt! Ich weiß nicht, woher das kam. Ich weiß nicht, woher das kam. Bäm! Aus dem Maul! Hat da nur so einer. Gerade runtergekommen, die erste. Bäm! So! Ach man, noch nicht mal Krionit. Das ist ja blöd. Ah, gleich habe ich Level 13. Das ist ja super. Machen wir aber trotzdem weiter, weil... Das war so... Das macht so'n Spaß, ehrlich. Können wir den ganzen Tag wach gehen. Hätt ich es auch schon mal gesagt, aber... Kalabash? Hä? Ähm... Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ist mir auch Wurst. Kann man das hier nicht deaktivieren oder so? Ne, kann man nicht. Blö Schieß doch nicht daneben Bam Yay, Level 13 Super Na witzig, mein Roar war ein bisschen Wunder nachher dass ich Level 14 schon hab oder so Wundern und auch freuen Immer sehen Bam Klier kaum was Klier kaum mehr was hier Ich schiel immer auf dem Balken unten Und Boah Ist egal Auch wenn ich 1000 vernichten müsste Ich würde das Ah, jetzt steigt der ein bisschen Dass wenn ich 1000 vernichten müsste Alter Dann ganz ehrlich Ich würde es machen Weil das macht so'n Bock gerade Sag mal Was geht Ja Geht mal zu zweit Auf mich rauf Auch wenn ihr zu dritt wärt Alter Ich würde doch fertig machen Mann Auf jeden Fall Darf ich mal Kronid einsammeln Das wär sehr schön Danke Danke Noch irgendeiner Ohne Fahrkarte Bam 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 Ähm Bam Bam Oh, schön Zweimal Kronid Das ist ja super Und das nebeneinander Guck mal hier Bam Aus dem Maul So Ach, Kronid Super Manche haben es ja doch noch Ein bisschen So Kronid Und so Genau Bis 14 mache ich noch Oder bis 15 Ja, wenn ich das den ganzen Tag mache Alter Das ist mir so egal Sag mal Hab gesagt Das ist mir so egal Wie ich euch umbringen muss Das macht Bock Macht mir echt Spock Das Spiel Äh Das macht mir echt Bock Gerade Ach, der hat auch noch was Wort gehabt Das ist ja super Oh, ich hab noch 22 Nur, äh Energie Naja Immer Zeit für Wir haben ein paar Baupläne, ne Aber die haben ja so Kaum Die haben ja kaum Baupläne Die armen Schweine Die Die können ja nur Explodieren Sag ich doch Und Kryonik geben Oh, den Weg Müssen wir nachher Ein bisschen Noch ein bisschen Sammeln Energie Ach Das ist ja super Das wäre noch ein Bauplan Juhu Da freue ich mich Da freue ich mich Was machst du denn da an der Ecke Willst du dich wohl schämen Weil du gleich verreckst Ne Hm Ja, geh dich immer schämen Weil du gleich verreckst Genau Bevor ich das mache Also bevor ich verrecke Da werde ich erstmal Ein bisschen Aufladen Einfach Mein Health Wieder ein bisschen In die Höhe treiben Aber ich könnte das Den ganzen Tag machen Ganz ehrlich Leute Auch wenn es Manche Auch wenn es Voll langweilig scheint Aber ich finde das so geil Vor allem kann man Auch leveln Man kann Kryonit sammeln Aber ich habe schon 1500 schon Alter Man sieht Was geht Bam Ich will doch Euch eine kleine Überraschung bieten Wenn ich das nächste Mal Wieder aufnahme Nehme Weil Ganz ehrlich Ich Wenn mein Getränk leer ist Was auch gleich leer sein wird Und nicht gleich Kryonit sammeln Energie sammeln muss Ähm Werde ich Werde ich eine Aufmarmepause machen Und dann erstmal weitermachen Wenn mein Bro wieder da ist Also werde ich Ja mit meinem Bro spiele Und Aber Ich werde heute noch Trotzdem Alter Ich werde heute trotzdem noch Weitermachen Weil Ich will noch 14 oder 15 Level Das 14. oder 15. Level schaffen Auf jeden Fall Ist mir egal Wie lange es dauert Weil das echt Macht so'n Bock Das macht so'n Bock So Ich muss erstmal Erstmal Nachbrenner starten Zack Nee Juhu Nee Kein Trabi Na gut Jetzt wieder Ja Geh mal noch kaputt BAM So Oh Mehr kann ich aber auch nicht Du Mehr kann ich nicht Hat mir die letzte Energie gekostet Du He Haben mir so ein paar Kryonit verdient Alter 1575 Kryonit Ey Alter Na gut Das soll es erstmal Gewesen sein Zumindest für diese Aufnahme Offscreen mache ich noch ein bisschen weiter Wie gesagt Dass ich mein Bro auch wundern kann Hi Das nächste Mal Hi Und das wird ihr auch Werd ihr auch bestimmt mitkriegen Ha Ja Ja Deswegen würde ich auch mal sagen Bis dann Leute Und Ja Nächstes Mal ist mein Bro auch wieder da Hundertprozentig Bis dann Tschüss